morgens halb zehn in deutschland neun uhr zwei dreißig mein sonne ist da ein paar wochenende der bleibt bis sonntagabend und wahrscheinlich kommt er dann in den sommerferien mittwoch wieder ein zwei wochen zu mir besprechen wir auch noch mit der mutter morgen papa aber wir gehen heute noch ins schwimmbad ja ins schwimmbad weiß ich noch nicht so ganz genau müssen wir mal gucken wie das final ist eigentlich wollten wir heute ins freibad das sind die auch nicht ganz so teuer ins hallenbad vielleicht sonst paul überlegt sich das noch gleich frühstücken wir erstmal das geld wechsle leider auch nicht auf bäumen also bei mir auf jeden fall nicht wie gesagt das hallenbad kostet ungefähr irgendwie mit eintritt pommes und so weiter 18 20 euro und das freibad kocht ich glaube ich sechs euro mit dem kind den ganzen tag ja mal gucken gucken wie gesagt wach werden erstmal hier schwarze gold kaffee und ich glaube ich kann echt eine minu 30 aufnehmen bei wheels macht aber nichts ihr probiert es einfach mal aus groß und ganz ist es auch preis richtig ja dann ist noch einen schönen tag kaffee trägen sich gerade auch wach werden so ein kurzer tag bringt und